Wenn Dragon Ball eure Kindheit war, dann will Dragon Ball Z Kakarot das Spiel eurer Träume sein. Nicht nur, dass ihr die komplette Z-Story von Raditz bis Buu nachspielen könnt, ihr erkundet dazwischen auch frei die Welt von Dragon Ball und entwickelt all die klassischen Hauptcharaktere als Rollenspielhelden weiter. Eine volle Nostalgie-Genki-Dame also und weil Dragon Ball in der Tat meine Kindheit war, konnte ich dem schwer widerstehen. In diesem Video will ich näher zeigen, was Kakarot für Fans zu bieten hat. Voranschicken muss ich dabei, dass das hier mehr ein Ersteindruck als ein Test ist. Die Testversion trudelt euch schlicht zu spät ein, um sie komplett durchzuspielen und dann noch rechtzeitig ein volles Testvideo zu fabrizieren. Aber ich wollte euch zum Release trotzdem zumindest einen ersten Einblick geben, ob sich der Kauf für euch lohnen könnte. Fangen wir mal mit dem Highlight an. Und das sind klar die Kämpfe. Das dürfte niemanden überraschen, der die Ultimate Ninja Storm Teile vom gleichen Entwickler gespielt hat, denn euch erwartet hier sehr ähnliches. Schnelle, dynamische und herrlich bombastische Anime-Kämpfe, für die ihr auch keine Kombo-Listen auswendig lernen müsst. Ihr bewegt euch frei durch die 3D-Arenen und löst die meisten Attacken mit einer oder zwei Tasten aus. Kehrseite der Medaille, das tiefste Kampfsystem ergibt das natürlich nicht. Aber mit simplem Button-Mashing kommt ja auch nicht durch. Wer in den dicken Bosskämpfen nicht präzise ausweicht und selbst bei bildschirmfüllenden Attacken die Ruhe bewahrt, der liegt schnell auf der Matte. Die Kamera macht das manchmal schwerer, als es sein sollte, aber die meiste Zeit tut sie ihren Job ganz ordentlich. Und ihr schaltet im Lauf des Spiels so einige zusätzliche Tricks und Optionen frei. Zum Beispiel ein oder mehrere Unterstützungscharaktere, die je nach Typ mit euch angreifen oder euch schützen. Auch das kennen wir aus Ninja Storm und es war da schon ein cooles System. Außerdem teilt ihr den Figuren eigene Fähigkeiten zu, die ihr im Kampf auslösen könnt. Damit ladet ihr wiederum eine ultimative Team-Attacke auf, die garantiert massiven Schaden anrichtet. Und für euren eigenen Charakter lernt ihr Transformationen wie die Kaioken, die aber dauerhaft Energie ziehen. Um Bosse wie Vegeta zu bezwingen, braucht ihr die auch. Die liefern euch großartige und überraschend harte Kämpfe und machen den Sieg dadurch zu einem umso süßeren Triumph. Wobei die Gefechte abseits der dicksten Hauptbosse in der Regel recht lässig über die Bühne zu bringen sind. Zumindest in der frühen Phase des Spiels, die ich erlebt habe. Was besonders komisch wirkt, weil ich zum Beispiel Nappa im Spiel recht problemlos verprügle und danach eine Story-Sequenz kriege, wie unglaublich überlegen er meinen Helden ist. Das spätere Spiel darf den Anspruch da gern auch in solchen Kämpfen noch etwas hochfahren. Der Bombast dagegen stimmt von Anfang an. Wenn ich mit dem Kamehameha ganze Hügel in die Luft jage, dann ist das einfach pures Dragon Ball. Es sieht aus wie im Anime, es spielt sich flott und es fühlt sich klasse an. Trotz gewisser Macken wie der Kamera. Dafür gefallen mir die Rollenspiel-Mechaniken recht gut. Es gibt eine ganze Reihe von Wegen meine Helden zu verbessern. Ganz klassisch zum Beispiel überraschend umfangreiche Skill-Trees, in denen ich neue Fähigkeiten und passive Eigenschaften freischalte und verbessere. Etwas ausgefallener sind die Community Boards. Ich ordne meine Figuren auf verschiedenen Feldern an und jedes Brett liefert eigene Boni. Durch das Götterbrett verdiene ich etwa mehr Belohnungen im Kampf, während die Z-Krieger meine Angriffskraft steigern. Aber das ist nicht alles, denn jeder Charakter ist auf manchen Brettern besonders gut und sollte außerdem neben bestimmten anderen platziert werden, um von seinen Beziehungen zu profitieren. Und dann kann ich den Figuren noch Geschenke geben, um ihre Boni weiter zu verbessern. Was auf den ersten Blick alles irgendwie etwas komisch wirkt, aber überraschenderweise durchaus Laune macht. Die RPG-Elemente sind keineswegs weltbewegend, aber motivieren mich doch immer mehr Boni anzuhäufen und immer besser zu werden und erfüllen damit ihren Zweck. Deutlich weniger spaßig fand ich das Kochen. Ihr könnt in der Spielwelt Zutaten für immer bessere Gerichte finden und die dann bei Köchen zu Mahlzeiten verwursten lassen. Die werfen nicht nur temporäre Boni ab, sondern sogar dauerhafte. Je mehr ihr fresst, desto stärker werdet ihr. Was ja irgendwie erst mal zu einem Anime mit verfressenen Helden passt. Aber ganz ehrlich, ich spiele doch Dragon Ball nicht, um ständig zu Fischen oder Tiere zu jagen. Noch nicht abschätzen kann ich, wie wichtig die Mahlzeiten sind. Muss ich das ganze Spiel über ordentlich reinhauen, wenn ich am Ende eine Chance gegen Buu haben will? Das würde mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Keks gehen. Dafür ist die Mechanik einfach nicht interessant genug. Aber zumindest anfangs fühlte sie sich zum Glück recht optional an. Sie leitet aber allgemein zu dem Bereich von Kakarot über, der mir am wenigsten gefallen hat. Die Welt und ihre Erkundung. Die Suche nach den besten Zutaten soll hier ja einer der Motivationsfaktoren sein, die Gebiete intensiver abzugrasen. Aber sie hat das für mich einfach nicht geschafft. Zwischen den großen Story-Momenten streut das Spiel immer wieder freie Abschnitte ein, indem ich die Umgebung auf eigene Faust erkunden kann. Es gibt keine echte Open World, die Regionen sind separate Abschnitte auf einer Weltkarte, aber sie sind doch recht groß. Nur es gibt kaum was Spannendes darin zu entdecken. Erz mit Key-Strahlen abzubauen ist halt auch nicht der Gipfel der gehobenen Unterhaltung. Und selbst auf den ersten Blick spektakulärere Unterfangen wie die Dinosaurierjagd spielen sich recht belanglos. Und dann sind da noch die Standard-Gegner, die uns beim Erkunden immer wieder auf den Keks gehen, aber enorm abwechslungsarm und fade ausfallen. Für etwas Auflockerung sorgen höchstens die besonders starken schurkischen Versionen, die gelegentlich auftauchen. Aber abgesehen davon ist aus den Kämpfen gegen Kanonenfutter wie Red Ribbon-Roboter sehr schnell die Luft raus. Dabei macht es prinzipiell viel Spaß, durch die stimmigen Regionen zu brausen. Das Gefühl, wirklich eine Dragonball-Figur zu spielen, fängt Kakarot wie gesagt großartig ein. Und die Gebiete sehen aus wie direkt aus dem Anime gegriffen. Aus der Nähe fallen doch einige eher schwache Texturen auf, aber meistens fliegt man ja sowieso weit darüber hinweg. Kakarot ist unterm Strich kein Technik-Meisterwerk, aber doch eine sehr schöne Anime-Umsetzung. Ein paar Flugrunden, um mehr Skillpunkte zu sammeln, habe ich auch immer gern gedreht, aber zu größeren Entdeckungstouren musste ich mich irgendwann zwingen. Das größte Potenzial hätten noch die Nebenquests, weil sie neue Geschichten neben der bekannten Hauptstory erzählen. Damit haben die Entwickler durchaus einen netten Weg gefunden, alte Figuren wie Achti mehr ins Spiel einzubinden, aber nett ist halt auch die kleine Schwester von… na, ihr wisst schon. Und diese Nebenquests sind meistens ziemlich langweilig. Für Namen sollen wir zum Beispiel Nahrung für sein Dorf beschaffen, also klappern wir zwei NPCs ab, um seinen glänzenden Edelstein in Nahrungskapseln umzutauschen. Und… das war's auch schon wieder. Für Achti müssen wir dagegen eine Handvoll Roboter verprügeln. Diese Quests scheinen nur da zu sein, um mehr Gastauftritte unterzubringen. Was für Fans ja auch erstmal ganz cool ist, aber wir finden dabei meistens weder was Neues über die Welt von Dragon Ball raus, noch wird die Spielmechanik dadurch bereichert. In Sachen Story wirken sie sogar teilweise recht bizarre Fehl am Platze. Die beiden Quests von eben erledigt man auf dem eiligen Weg zu Raditz, der Son Gokus Sohn entführt hat. Darum haben wir da Zeit nebenbei Nahrung zu suchen. Ein altes Problem mit offenen Rollenspielen und Sorry natürlich, dass selbst Meisterwerke wie The Witcher 3 plagt, aber trotzdem irgendwie komisch. Ebenfalls schade, anders als die Haupthandlung sind die Nebenaufgaben nicht vollständig vertont und klingen damit recht albern. Überhaupt ist die Vertonung nochmal ein Thema für sich. Genauer gesagt, dass es keine Deutsche gibt. Das ist doch ein schwerer Schlag für die Nostalgie. Denn das hier ist für mich halt einfach nicht Son Goku. Nun kann man das dem Spiel nur begrenzt vorwerfen. Eine deutsche Synko würde gewiss einiges an Budget verschlingen und ist bei solchen Anime-Spielen keineswegs selbstverständlich. Die Ninja Storm-Spiele hatten zum Beispiel auch keine. Und Tommy Morgenstern, der Originalsprecher von Son Goku, spricht die Rolle heutzutage sowieso nur noch in Ausnahmefällen. Aber trotzdem, es ist einfach schade. Das hier sind halt nicht die Charaktere, wie ich sie damals als Kind kennengelernt habe. Und genau das Gefühl von früher wollte Kakarot ja eigentlich zurückbringen. In mancherlei Hinsicht schafft es das auch, um mal auf ein vorläufiges Fazit zuzugehen. Die Kämpfe kommen direkt aus dem Anime und es ist einfach schön, die klassische Story in einem zeitgemäßen Spiel nochmal zu erleben. Das Drumherum funktioniert aber nur zum Teil. Die Rollenspielteile bereichern Kakarot tatsächlich und schaffen neue Motivation. Aber die Welt ist nicht genug mit interessanten Inhalten gefüllt. Obwohl sie richtig stimmungsvoll aussieht und einfach mal frei als Goku durch das Anime-Universum zu fliegen schon auch seinen ganz eigenen Reiz hat. So verbleibe ich etwas zwiegespalten. Kakarot hat echte Glanzmomente für Nostalgiker, aber dazwischen auch einige Durchhänger und längst nicht all seine Ideen gehen auf. Für den weiteren Spielverlauf bleibt außerdem die Frage offen, ob es dann nicht irgendwann etwas zu monoton wird. Denn die meisten Ablenkungen wie die Welterkundung oder die kleinen Nebenkämpfe sind ja eben nicht so spannend. Ich würde hoffen, dass da noch interessantere Nebenbeschäftigungen zwischen die Bosskämpfe eingestreut werden. Oldschool-Fans werden wohl trotzdem ihren Spaß mit Kakarot haben, wie auch ich ihn hatte. Aber das erhoffte Rundum-Sorglos-Paket hat uns Shenlong hiermit dann doch nicht beschert.